Schönen guten Tag! Wie viele Schmerzen feststellen mussten, geht Minecraft nicht. Wie ihr hier sehen könnt, ne geht, ich bin gerade on, kommt man entweder nicht in Minecraft rein, also man kann offline spielen, aber nicht anmelden. Und wenn man angemeldet ist, kann man auch nicht in die Server rein. So, jetzt fragt euch ja, warum das ist. Das kann ich euch sagen. Und zwar, hängt ja das ganze Spiel mit der Minecraft-Seite zusammen. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Minecraft.net gehe, sehen wir hier, genau das meine ich, die ladet nicht. Das hat folgenden Grund. Und zwar ist Minecraft down. Minecraft down heißt, die bauen irgendwas um, das ist schon sehr lange, schon seit zwei Tagen ungefähr, deswegen mache ich das Video auch. Seit zwei Tagen ungefähr spackt Minecraft. Und manchmal ist es off, also manchmal ist die, äh, manchmal ist die, da die Seite. Das heißt, manchmal kann man sich anmelden und manchmal kann man auch auf Server drauf, manchmal auch wiederum nicht. Also wenn man auf Server drauf ist einmal, dann kann man auch spielen. Aber wenn man dann wieder runter geht und versucht dann wieder drauf zu kommen, dann geht es nicht mehr. Eben weil man sich nicht mehr anmelden kann, man kann sich nicht registrieren auf dem Server. Also das läuft ja alles über die Minecraft, äh, über den nochmal über die Minecraft-Server, also über den kompletten, über die ganze Seite. Also wenn ihr wissen wollt, ob ihr in Minecraft reinkommt, müsst ihr einfach mal gucken, ob die Minecraft-Seite geht. So, aber, ich gebe noch einen Trick. Und zwar könnt ihr einfach auf is-minecraft-down.net gehen. Und dann könnt ihr sehen, welche Seiten online sind. Zum Beispiel hier, Minecraft.net is-down. Das heißt, ich komme jetzt nicht in Minecraft rein, aber auch nicht ins Server rein. Minecraft-Wiki oder Minecraft-Forum, die sind, also, die kann man zugreifen. Wenn das, wenn hier steht, Minecraft is-down, ja, dann könnt ihr nicht, da habe ich wieder, ich wiederhole mich gerade. Egal. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, diesen Link von is-minecraft-down.net werde ich auch noch in die Videobeschreibung setzen. Und ja, das war jetzt mein kleines Informations-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Ali und Nico war jetzt ein bisschen schüchtern, die sind eigentlich auch da. Ja, was los? Ja, die können jetzt mal Tschüss sagen. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Also, ja, der Fabio ist auch on, ja. Egal. Ja, und sicherlich wollt ihr auch Nikos Kanal abonnieren. Wie finden, finden Sie den, Nico? Unter Niko100. Genau. Ihr könnt ihn auch mal reinschauen bei ihm. Er macht auch ganz gute Videos. Fantastisch. Egal. Ciao. Kommentiert, abonniert, kommtiert nur mich und nicht nur, und auch den Nico. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.